19.05.2016 Hier sind meine Füße, die mich durchs Leben tragen. Und ich zeige mal einen langen Schatten. Ein wunderbares, gerades Beinwerk. Und dort vorne ist er, der Nabinger. Ich wink mal hier und zeige mal dort hoch. Seht mal da, da ist der Mond. Vollmond. Da lacht er uns an. Strahlend blauer Himmel. Und die Kuriosität dieser Begebenheit werdet ihr gleich erkennen, wenn ich mich nach Westen drehe. Denn dort sieht man die Silhouette vom Donnersberg. Und oben drüber scheint die Sonne. Man sieht hier die großen Antennenbauwerke. Das war mal ehemals Sendemasteinrichtungen der US-Armee. Und die Sonne lacht. Und zwischendrin hängt die Erde. Denn hier ist der Mond. Er geht im Osten auf. Die Sonne, sie nahm ihren Lauf und wird im Westen untergehen. Der Norden hat sie nie gesehen. Freundliche Grüße von der höchsten Erhebung der Pfalz, dem Donnersberg. Euer MLN im Schroen. Vielen Dank.